Willkommen bei der Firma August Hülden, Ihrem Fachhandel für Schrauben und Dübel, für Werkzeuge, Industriebedarf, Betriebseinrichtung und Arbeitsschutz. Seit 1888 in Köln, seit 1958 in Düren vor Ort. Dort sind jeweils über 18.000 unterschiedliche Schrauben sowie über 5.000 weitere Artikel für Sie verfügbar. Als kompetenter Fachhändler führen wir ausschließlich Qualitätsprodukte, vornehmlich von Premium-Marken. Kompetent, flexibel, kundennah, das ist unser Team.